Ich bin Sigrid Weiler, ich bin freie Traurednerin und ich bin jetzt nach St. Moritz gefahren, was ich ganz besonders finde und ich bin hier in einer wunderschönen Umgebung und ich bin bei einem Seminar, Business und Spiritualität, das gehört für mich auch zusammen und ich gehe jetzt mit ganz großer Begeisterung heraus, habe so viel mitgenommen für mich in meinen Punkten, wo ich noch nicht klar war, wo ich jetzt Klarheit bekommen habe und ich starte sofort.